Alexandra, du bist meine Fledermaus, auch Alexandra, komm heut Nacht zu mir nach Haus. Kommst du wohl zu mir, Alexandra, kommst du wohl zu mir heute Nacht? Alexandra, du siehst spitze aus, Alexandra, zieh dich bitte aus. Zieh dich sofort aus, Alexandra, zieh dich sofort aus. Alexandra, deine Schwester weint um dich, Alexandra, du besuchst sie nicht. Gäzofatat, Alexandra, gäzofatat, du! Alexandra, du bist ewiglich, Alexandra, ich brauche einen Sonnenstich. Du bist einfach toll, Alexandra, du bist einfach toll. Du bist einfach toll, Alexandra, du bist einfach toll. Du bist einfach toll, Alexandra, du bist einfach toll, du Alexandra. Alexandra, du bist einfach toll, Alexandra, du bist einfach toll. Ja, und das ziehst du jetzt, das können wir jetzt schon mal rüberziehen, das ist entsprechende Gabel habe ich mit. Gut. Und gucken wir uns noch einmal hier an und dann gehe ich. Ja. Okay. Jetzt muss ich hier mal auf diese Sicherheitslücke wieder ausschalten. Aber wir sehen, unsere Spezialanimation sieht man auch nur ein einziges Mal, ne? You have to get in your phone number. Okay? Okay. Okay. tutti. Vielen Dank.